Willkommen! Wir spielen heute endlich mal wieder Elden Ring. Ich hatte ein bisschen Ermüdungserscheinungen. Naja gut, ich meine fast 230 Stunden. Ich habe ein neues Heldengrab entdeckt. Das will ich heute mal auschecken. Grab des heroischen Riesentöters. Da bin ich mal gespannt. Okidoki. So, wie war das? Also ja. So. Und da sieht man nämlich schon. Hier sieht man es. Da ist so ein Katzenhund. Und da oben ist das Licht. Wie war das? Ich musste... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ok, wir kriegen das hin. Genau, weil die Katze... Die macht jetzt erstmal hier nix. Wow. Ok. Da vorne... Kommt sie. Ne, die kommt nicht. Hier steht so ein Heini. Schaut euch mal an, was die für eine fette Energie haben. Ich hau echt mies, fies zu. Krass. Ziemlich dunkel hier drin. Ich muss mal schnell ein bisschen heller machen. Dann sehe ich wenigstens was. So. Da oben... So ein Ding. Da ist offen. Hm. Ich bin nicht so... Ich weiß nur, dass ich hier irgendwie... Ich weiß nur, dass ich hier irgendwie... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich sagte, ich war einmal kurz drin. In dem Ganzen. Okay, also hier ist... Da habe ich was freigeschaltet. Das ist ja ganz cool. Oh oh. Aha. Gut. Ähm... Okay, da ist ein Loch drin. Gut, da ist ein Loch drin. Dann gehen wir nochmal hoch. Oder ich gehe nochmal da runter. Darüber. Ha. Da kann ich sogar rufen. Okay. Der kommt von... ...unten nach oben. Okay. Ich möchte jetzt aber trotzdem da oben nochmal schauen. Ah ja, da ist das Loch drin. Okay. Ah. Da sehe ich doch einen. Da sehe ich doch einen. Da auch. Da auch. Da ist das Loch drin. Warum ist das... Warum ist das... Warum ist das... Warum ist das... Vorhin war das aber an. Ha. Vorhin war das Licht oben an. Schauen wir mal, jetzt ist das Licht wieder an, oder? Ja. Jetzt ist das Licht an, okay. Na komm. Wow. Oh Mist. Aha. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Sobald ich dann draufgehe. Sobald ich draufgehe, fährt das runter und die... Ähm, naja, komm her. Wow, scheiße. Zum Glück sind die kleinen Dinger so doof. Dass sie dann nämlich immer kommen. Okay. Ach ja. Da war ich wohl schon, weil da habe ich alles abgegrast. Okay. Ja, das heißt, ich kann... Ah, jetzt geht's aber Feuer aus. Okay. Jetzt geht's Feuer aus. Die Lampe oben ist auch aus. Und das passt aber. Gut. Boah, ich nehme mich nicht mehr. Gut, merken wir uns. Das ist... Puh. Wo geht der hin? Da ist ein großes Tor. Was verstecken wir hinter? Das Rancor. Da unten komme ich nicht weiter. Ah. Schnell weg. Ähm. Ein Schattenriese. Ein Schattenriese. Den kriege ich. Jetzt soll mal schauen. Den kriege ich wie? Zack. Da gehe ich rein und dann kann ich nach oben fahren. Hängen, da sind's noch irgendwas? Nee. Oh oh. Aha. Da unten ist so ein... Wow. Hm. Ich müsste es irgendwie schaffen, dass hier... Licht drauf fällt. Ist irgendwie schaffen, dass da ein Licht drauf fällt. Ähm. Das ist sicherlich der Kreis, wo das Licht dann drauf fällt. Aber wie mache ich das? Muss ich dann hoch? Wäre ja hier in der Richtung. Gut. Hm. 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 Das wäre ja dann hier in dieser Richtung. Aber wie? Kann... Gibt es vielleicht eine Möglichkeit? Mondschleiter mit Narben ein. Ähm. Licht zum Beispiel. So schön. Na schön. Mondschleiter. Okay. Okay. Ich glaube nicht, dass ich ihn damit treffen kann. Ich glaube nicht, Irgendwoher muss ich da so ein Licht einschalten können. Naja. Jetzt machen wir folgendes. Ich glaube nicht, Jetzt noch weiter runter. Okay. Die sind so ätzend. Oh, der hat auch so einen fetten Hammer dabei. Die sind so ätzend. Oh, geht beides gerade nicht. Scheiße. Fif. See. Jetzt ist es. Bitte. 14 vVer. Ich bist heute��고 da. 10 vVer. 14 vVer. Jetzt ist es wirklich majority. Foplank Frankfurt. Jetzt ist es wirklich eher nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann gehen wir weiter Das war schon mal jetzt gar nicht so blöd Jetzt kann ich hier aber nur noch runter, oder? Ja Jetzt kann ich hier nur noch runter Wir gehen runter Da ist eine Leiter Oh, wie so eine Arschkatze Eine Arschkatze Führt die Leiter hin? Hä? Habe ich das jetzt vorhin bloß gerade nicht gesehen, oder? Dass ich da runterhüpfe... Wo ist der Sinn? Mist Gut, zumindest ist es hier Oh, da kann ich rein? Hm, okay Ich kann ja durchstechen Und... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schnell hoch Boah, die sind so kacke Die sind wirklich echt kacke, die machen so keinen Spaß Wahrscheinlich bräuchte ich für die So einen Irgendwie so einen dicken Hammer oder sowas Oh, shoot Schnur hoch, schnur hoch, schnur hoch Okay, wenn das der Weg ist, dann ist es schon mal gut Dann ist das hier schon mal sehr gut Oh Mann, ich hasse diese Katzen Also hier sollte ich nicht runterfallen Ah Jetzt bin ich hier oben Das bringt mir aber irgendwie Nicht wirklich was Hm Wenn ich jetzt hier wieder runtergehe Jetzt muss ich diese zwei Oh, guck mal, da oben kann ich auch noch hin Nee Das passt die Geometrie im Eimer Jo Den kriege ich auf keinen Fall Das heißt Ich muss Irgendwas mit den Katzen unten machen Die Meteor-Klinge, die war doch Die war doch für so harte Sachen ganz gut Das ist schon mal gut Das hört sich auf jeden Fall gut an Ich glaube fast Ich muss Die beiden Katzen hier kaputt machen Komm her Sieht die mich Das wäre die Frage Sieht die mich denn da hinten Bis dann Sieht die Sieht das Sieht die Sieht die Sieht die Sieht die Sieht die Wenn man sich so nah an die Wand schreit, dann hat die Kamera echt ein bisschen Probleme. Jetzt dreht er sich wieder um. Sehr gut. Wow. Jetzt zieht er mich gleich wieder nicht. Und danach kann ich den anderen herlocken. Jo, das ist gut. Das muss doch hiermit irgendwas zu tun haben. Ha. Zack. Jetzt muss er auf. Den kann ich wahrscheinlich oben dann auch hinmachen, oder? Du kommst jetzt mal her. Ah. Weg. 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 Jetzt dreht er sich um und geht. Erstmal gleich eine krasse Krabbe. Und dann... Und dann... Und dann... Na, zum Glück ist es so, dass man entweder am Schluss eine Tür freischaltet oder eine Marika da ist. Oder nach oben gucken könnte. Das muss was damit zu tun haben, dass diese zwei, dass man die Hände kaputt macht. Das machen muss. Dann gehen wir einfach jetzt taktisch vor. Dann gehen wir einfach jetzt taktisch vor. Denn die sind echt blöde... Blödmänner. Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Das ist der Aufzug. Das ist der Aufzug. Das ist der Aufzug. Das ist der Aufzug. Ähm... Das ist der Aufzug. Das ist der Aufzug. So. Der ist hier. Dieses Statuen Ding fährt nach oben. Und dann... Wir gehen hier ganz nach oben. Ja. Wir gehen da ganz nach oben. Das ist der Aufzug. Und jetzt... Das ist der Aufzug. Entfernen... Antweren... Ich komme dann da wieder runter, das ist ja kein Problem. Bring den Aufzug nach oben. Yo. Hol den Riesen her. Na? Joi, komm. Alter. Mann, bist du langsam. Ja. Komm her, komm her. So. Ha ha ha. Yo. Und die Tür ist gerade aufgegangen. Ha. Super. Wenn sich das dann alles so erlöst, dann ist das geil. Jetzt können wir hier mal schauen. Okay. Nee, Maria. Oh, was erwartet uns? 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 Oh, was erwartet uns?